Herzlich willkommen zu einem neuen Video. In dem Video werden wir jetzt das erste Mal alles fahren und ich freue mich schon richtig da drauf. Aber davor fehlt noch was und zwar müssen wir noch den Roll-In fertig bauen. Wir hatten ja schon mal hier einen Roll-In und der sah dann so aus. Und jetzt haben wir vier Paletten mehr, damit der noch höher wird. Jetzt haben wir hier neue Bretter und zwar haben die hier so ein Metall drin, dass die richtig stabil sind und wir die nicht unterstützen müssen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, ihr seht es, ich bin fertig gemacht. Leider, leider ist irgendwie über Nacht die Gabel kaputt gegangen hier. Ich habe jetzt aber das Fahrrad von meiner Schwester da hinten und dann probiere ich es einfach mit dem. Let's go. Ich freue mich jetzt riesig drauf. Ja. Talking to my mirror like I love you so much. Man, we don't give a fuck, that's what they don't understand. I'm back again like flu season. I broke records while I lose sleep and I'm coming on my roof leaving. Don't give a fuck, I don't care. Hit the shit about my lonesome. No wonder now I'm on one. No shortcuts on that long run. All I really want is my shirt. Get on my god and I told them it's nothing. In the discussion. Fuck all them feelings. Yeah, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Es ist leider mit dem ganzen Wind recht laut. Genau, jetzt erstmal Fazit. Es ist so ein cooles Gefühl. Ich bin noch nie sowas gefahren. Hat sich schon mega geil angefühlt. Ja, mega, mega geil. Jetzt sehen wir hier, da bröckeln ein paar Sachen ab. Der Sprung ist leider komplett zerlegt. Aber genau dafür fährt man es das erste Mal. Ich bin einfach nur richtig, richtig happy. Und ja, dann hoffe ich, euch hat diese Test-Trade gefallen. Und ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und dann lasst mir gerne ein Like da. Auch ein Abo würde mich riesig freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.